Hey Leute und willkommen zurück bei Lollipop Chainsaw. Wir sind immer noch auf der Farm und ich denke, wir sollten... Huch, hier runter. Zähle mit dem Kettensägenblaster auf Köpfe. Ja, ja, das weiß ich ja mittlerweile. Wenn ich den treffe... Das hat er jetzt nicht so viel gebracht. Wer ist der Zaun doch im Weg, Mensch? Na, komm mal her. Die gehen aber dann echt bei einem Schuss drauf, ne? Wenn ich richtig treffe, dann passt das schon. Oh. Du auch noch? Aber ob das sinnvoll ist, hier gerade meine ganze Munition zu verballen? Hey, hey, hey! Komm mir nicht zu nah. Wisst ihr was? Erfolg freigeschaltet, juhu! So, das waren aber jetzt alle, ne? Was? Wow! Ah, das war's schon. Cool. Cool. Was? Warum sollte die tot sein? Wir gucken jetzt erstmal beim Shop, was es hier so gibt. Gesundheit und Upgrades. Blaster Kugeln, das brauchen wir alles nicht. Ihr habt mir geschrieben, ich soll mal öfter sowas hier kaufen. Also irgendwas, was die Stärke auch hoch hält. Und die Gesundheit, dann kaufen wir das hier. Diese mystische Handeln formen die Muskeln und erhöhen Juliets Stärke. Okay. Zielreichweite, Erholung. Magische Bohnen? Keine Ahnung, was die bringen. Hm. Dann nehmen wir das nochmal. Krafthanteln 2. Auch direkt mal, weil wir es die ganze Zeit so vernachlässigt haben. Mh, das ist nochmal für die Gesundheit. Na komm, machen wir das auch mal. 249 haben wir noch. Ja, Mensch. Hm. Ich kaufe das jetzt einfach alles. 169. Was haben wir denn für Fähigkeiten? Wie teuer sind die denn so? Ah, die sind alle ein bisschen teurer. Malstromdrehung? Hm. Ich glaube, wir sparen nochmal ein bisschen. Auch auf ein neues Kostüm. Oh. Ah, das kostet 20 von den Silbermedaillen. Hm. Okay. Ja, das holen wir uns dann beim nächsten Mal. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Moment, muss ich hier hoch? Hoch? Was war das? Ach, das war nur der Shop, ne? Ja. Pompons. Hä? Achso, B. Ja, dann B. Oh, oh. Oh, man. Geh weg. Drei. Wie drei. Ich hab doch grad schon drei erledigt. Was? Ich dachte, die wären alle tot. Wow, die stehen wieder auf, die Säcke. Oha. Wer bist du denn? Der wirft... Der wirft mit Hühnchen? Oha. Wie krank ist das bitte? Ist meine geliebte Schwester denn da immer noch ein Bus? Ich will es hoffen. Ah ja. Hat man grad noch gesehen. Sie lebt also noch. Sehr schön. Huh. Was hat sie denn jetzt? Hey, it's mom, Juliet. You're never going to believe. Rosalind ought to bus. Yes. You heard right? A bus. Ja, ich hab's schon gesehen. What is wrong with your sister of yours? Die hat sie einfach nicht mehr alle. Die Schwester. Die ist einfach nicht ganz so bei Verstand. Und? Hahahaha. Öh, können wir die töten? Oh. Okay, vielleicht sollte ich's lassen. Ich dachte... Ich dachte, die geben eventuell Münzen oder so, aber nein. Na gut. Schon wieder Telefon. Wie komme ich denn da oben hinten? 19 haben wir schon insgesamt gesammelt. Oh. Oh, oh. Was macht sie da? Okay, ah, ich muss den Bus schützen. Kann das sein? Denk ich mir, weil da die Energie angezeigt wird. Okay. Ah. Okay. Ah. Sehr gut. Na, lauf, Juliet. Achso. Oh nein. Na komm, beeil dich. Aber die ist doch selbst eine Zombiejägerin. Die Schwester, oder? Oh shit, die ist da gar nicht mehr drin. Kann ich da rein? Hey, Mädel, was geht mit dir? Oh, oh. Müssen wir jetzt etwa... Oha. Müssen wir jetzt etwa hier auf dem Bus stehen? Ja, schön, dass mir das immer angezeigt wird, wo die Steine fallen. Okay. Fahren wir einfach mal. Oh, da ist aber wieder einer. Oh, oh. Oh. Was ist mit dem Stein? Oha, passiert da nichts mit, doch. Das war ja klar. Ah. Oh shit. Ich sehe gar nicht so wirklich, was um mich herum passiert. Ich hoffe, von hinten kommt nichts. Au. Wer ist das? Ich weiß nicht, aber es ist etwas fischiges passiert hier. Schau mal, das Mushroom. Nee, oder? Sag mir nicht, wir müssen jetzt hier irgendwelche Pilze essen und landen dann auf einen ganz komischen Trip. Wahrscheinlich. Oh man, bitte nicht. Was? 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 Oh Gott. Wuh! Wuh! Nein! Nein, 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 nein. Wie? Schieß. Verschieß alles, was du hast. Bringt das was? Nee. Ja, okay, das bringt nichts, Juliette. Du kannst aufhören. Wow. Was? Voll der Psychotrip hier. Die ganzen Hühner. Geht weg. Oh man. Die wurde doch nicht gebissen. Die wurde doch kein Zombie, oder? Nein. 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 Ach du Scheiße. Jetzt fährt sie einen Mähdrescher, oder was? Fahrt Zombies mit dem Mähdrescher um? Vorwärts mit RT? Äh. Okay. 100 Stück. Okay. Okay. Ich fahre erstmal so querfeldein. Das ist echt so creepy und krank und weiß ich nicht. Das stimmt. Das ist gerade wirklich lustig. Und das Lied ist auch cool. Ähm. Tja. Nein, ihr würdet niemals Drogen nehmen. Ist klar. Leute. Das ist gerade echt super lustig. So, sechs Stück noch. Na komm, nehmen wir dich mal mit. Und dich. Und dich auch. Der sah genauso aus wie der Typ, der Hämorrhoiden hatte. So. Und da haben wir auch schon die letzten beiden. Zack. Die mal mit ihrem was zum Pimmel. Run an die Euter. Ja, ja. Schießen. Ich sollte vielleicht mal Blasterkugeln einsammeln. Huh. Was? Mit Schüler retten? Wo sind denn hier... Oh. Oh. Oh Mann. Lass den in Ruhe. Ey, was? Lass den. Der hat nichts getan. Okay. Geh mal lieber nach Hause. Oder löst dich einfach auf. Was? Pinkel auf was? Ihr seid so krank, ne? Sparkle hunting. Okay. Okay, weiter geht's. Ähm. Ja, bitte auf diese Kartoffelsäcke oder Getreidesäcke. Was auch immer es ist. Okay, vier Stück. Huch. Da hängt gerade irgendwie das Spiel so ein bisschen. Wah. Hallo. Freundchen. Ich sollte echt nicht so viel verballern, ne? Vor allem, weil ich auch gar nicht sehen kann, wie viele Kugeln ich noch dafür habe. Wo ist der? Achta. Mensch. Ja. Münzen. Yeah. Ich möchte aber lieber... Was? Wo sind denn die anderen? Ich möchte aber lieber die Silbernen, damit ich mir ein neues Kostümchen kaufen kann. Das wäre voll supi. Oh, eine andere Story. Yay. Ein Laden. Wir schauen nochmal eben, was wir da Schönes haben. Krasse Fähigkeiten. Hm. Kettensäge. Ah, das ist alles... Das ist alles so teuer. Und wenn ich mir dann das hier anschaue, diese ganzen tollen Upgrades. Und ihr habt alle gesagt, ich brauche die. Hm. Platinmedaillen. Wie viele sind das denn? Ach, das ist gar kein Silber, das ist Platin. Ich gebe dafür 500 Münzen aus. Und wie viele bekomme ich dann? Hm. Magische Bohnen. Die können wir nicht mehr kaufen. Krafthandeln. Achso, mehr gibt es auch gar nicht. Das ist natürlich... Das ist natürlich schade. Das ist mir alles zu teuer gerade. Nee. Nee, nee. Das ist mir echt alles zu teuer. Ja. Ach, was ist denn... Achso, da kann der Nick wieder was machen gleich. Was macht ihr denn? Wie komme ich an die Münzen? Ach, da muss wahrscheinlich der Nick mir hier rüber helfen. Kommen hier gar keine raus? Das wundert mich. Oh ja, ich auch. Okay. Oha, nein. Ich wollte gerade sagen Konzentration. Oha, ich muss mich dabei echt konzentrieren. Oha, nein. Seht ihr? Ich habe es nämlich gerade versaut. Ich darf dabei echt nicht reden. Das ist nicht gut für mich. Oh, Rosalind. Was machst du? Ich muss den Bus schützen. Okay, Leute. Ich muss die Folge aber an dieser Stelle beenden. Ich muss wieder ein bisschen kürzere Folgen machen. Leider. Denn wenn ich manchmal nicht so viel Zeit zum Aufnehmen habe und am gleichen Tag aufnehmen muss, dann schaffe ich es kaum, die Folge noch zu rendern und hochzuladen. Ich nehme mal von der Xbox auf und die Dateien sind ziemlich groß. Deshalb werde ich wieder auf ungefähr 15 Minuten gehen müssen. Und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.